Die Societa Sportiva Dilettantistica Parma Calzico 1913 ist ein Fußballverein aus der norditalienischen Stadt Parma. Der Verein entstand im Juni 2015 aus dem bankrotten FC Parma, der wiederum im Sommer 2004 aus der Konkursmasse des Parmalat-Konzerns entstanden war. Aus dieser war der Traditionsverein AC Parma herausgelöst und als FC Parma neu gegründet worden. Seine größten Erfolge erlebte der Verein in den 1990er Jahren, als er unter dem Namen AC Parma an vier Europapokalenspielen teilnahm. Zweimal den UEFA-Pokal und einmal den Europapokal der Pokalsieger gewann. Ohne jemals einen Meistertitel gewonnen zu haben, ist Parma Calzico damit im Europapokal der vierte erfolgreichste Verein Italiens hinter den großen drei Juventus Turin, dem AC Mailand und Inter Mailand. Darüber hinaus haben die Parmesaner bei fünf ins Spielteilnahmen dreimal die Coppa Italia für sich entschieden. Die beste Platzierung in der Serie A, in welcher der Verein von 1990 bis 2008 sowie von 2009 bis 2015 24 Spielzeiten verbrachte, erreichte der AC Parma mit der Vizenmeisterschaft 1997. 97. Seit dem sportlichen Abstieg aus der höchsten Liga 2015 spielt Parma Calzico in der viertklassigen Serie D. Geschichte Der Verein wurde 1913 ursprünglich unter dem Namen Verdi AC gegründet. Jedoch wurde der Vereinsname schnell auf den Namen der Stadt geändert. Der Verein pendelte fortan die meiste Zeit seines bester Hins zwischen der zweitklassigen Serie B und der drittklassigen Serie C. Zum Ende der 1960er Jahre stieg er dann in die halbprofessionellen Ligen Italiens ab. Nachdem der Verein mehrmals seinen Besitzer und Namen gewechselt hatte, schloss er sich im Jahre 1970 mit dem AC Parmens zusammen. Der Verein stieg wieder in das italienische Profiligen-System auf, blieb aber bis Mitte der 1980er Jahre wenig erfolgreich. Im Jahre 1985 übernahm der spätere italienische Nationaltrainer Arrigo Sacchi das Management des Vereins. Unter seiner Führung wurde die AC Parma Meister der Serie C1. Als der Verein im Mittelfeld der Serie B stand, wechselte Sacchi zum AC Mailand. Sacchis Nachfolger Nevio Scala führte die AC Parma 1990 zum erstmaligen Aufstieg in die Serie A. Mit der Verpflichtung einiger talentierter Spieler aus dem Ausland formte Scala eine Spitzenmannschaft. Bereits im ersten Jahr gelang es dem Team, sich mit dem sechsten Platz in der Serie A für den UEFA-Pokal zu qualifizieren. Finanziert wurde der Erfolg durch den italienischen Nahrungsmittelkonzern Parmalat, der sich als Sponsor zur Verfügung stellte und eine Beteiligung in Höhe von 45% des Vereins erwarb. Der Erfolg der AC Parma auf nationaler und internationaler Ebene machte den Verein für zahlreiche Stars interessant. So schlossen sich die italienischen Nationalspieler Fabio Canavero, Gianfranco Sola, Dino Baggio und Diego Fiusa dem Verein an. Trainer Nevio Scala verließ 1996 den Verein und sein Amt wurde von Carlo Angelotti übernommen. Mit ihm gelang 1997 mit der Vizenmeisterschaft die beste Platzierung des Vereins in seiner Geschichte. Am Ende lag die AC Parma nur zwei Punkte hinter dem Meister Juventus Turin. Seit ihrem Aufstieg in die Serie A konnte sich die AC Parma in jedem jeweils folgenden Jahr für einen Europapokal qualifizieren. Folgende drei europäische Trophäen gewann der Klub dabei. 1993 den Europapokal der Pokalsieger sowie 1995 und 1999 den UEFA-Pokal. Im Sommer 2004 musste die Muttergesellschaft der AC Parma, der Parmalat-Konzern, Konkurs anmelden. Dieser betraf auch den AC Parma. Nur durch ein vom italienischen Industrieminister Antonio Marzano eingebrachtes Gesetz konnte der Verein aus der Konkursmasse von Parmalat herausgelöst und somit vor der Liquidation gerettet werden. Als Nachfolgeverein wurde der FC Parma gegründet. Der den Startplatz des AC Parma in der Serie A übernahm und bis zum Ablauf der Saison 2005 06 unter gläubiger Schutz gestellt wurde. Wechselhafte Zeit als FC Parma und erneuter Niedergang am 15. Dezember 2004 übernahm Pietro Carmignani das Traineramt des italienischen Erstligisten und folgte dem zuvor entlassenen Silvio Baldini, der mit der AC Parma 2002 die Coppa Italia gewonnen hatte. In der Saison 2004 05 führten die finanziellen Turbulenzen fast zum Abstieg des Vereins. Der Gang in die Serie B konnte aber gerade noch vermieden werden. In der darauffolgenden Saison lief es sportlich wieder besser und man konnte sich auch dank der Urteile im italienischen Fußballskandal wieder für den UEFA-Pokal qualifizieren. Am 12. Mai 2008 wurde ein Spieltag vor Ende der Saison 2007 08 der erst am 11. März 2008 verpflichtete Trainer Hector Cooper aufgrund des drohenden Abstiegs entlassen. Sein Nachfolger wurde Jugendtrainer Andrea Manso. Am Ende der Saison stieg der FC Parma als Tabellenvorletzter trotzdem in die Serie B ab, schaffte aber den direkten Wiederaufstieg und spielte in der Saison 2019 wieder erstklassig. Zum Saisonende wurde mit dem Erreichen des achten Platzes der Ligaerhalt gesichert. Mit drei Zählern Rückstand auf Juventus Turin wurde die Qualifikation für die UEFA Europa League nur knapp verfehlt. Die Spielzeit 2010 11. verlief für den FC Parma durch Wachsen und man schloss die Saison auf dem 12. Tabellenplatz ab. Dagegen verpasste man in der Saison 2011 12. als Tabellenachter die Qualifikation für die UEFA Europa League erneut nur knapp. Am Ende fehlten zwei Punkte auf den Tabellensechsten Inter Mailand. Nach dem 10. Platz in der Saison 2012 13. gelang 2013 14. mit dem 6. Platz wieder die sportliche Qualifikation für die Europa League. Doch wurde der FC Parma von der UEFA wegen steuerlicher Unregelmäßigkeiten von der Teilnahme ausgeschlossen. Die folgende Spielzeit verlief, schon allein sportlich gesehen, katastrophal für den FC Parma. Trotz einiger Überraschungssiege zu Hause gegen Juventus Turin. Die AC Florenz und Inter Mailand sowie eines 4 zu 5 gegen den AC Mailand befand sich der Verein bereits früh am Tabellenende. Hinzu kamen drei Abzüge von insgesamt sieben Punkten aus finanziellen Gründen. Im März 2015 wurde der Klub schließlich offiziell für insolvent erklärt. Die Schulden belaufen sich auf 218 Millionen Euro. Teilweise konnten die Parmesaner nicht einmal mehr das Geld für die Austragung ihrer Heimspiele aufbringen, sodass diese verschoben werden mussten. Letztlich stieg der Verein mit 19 Punkten als Tabellenletzter aus der Serie A ab, woran auch die sportliche Bilanz von 26 Punkten ohne Abzüge nichts geändert hätte. Am 30. Juni 2015 wurde der Verein als Parma-Kalziko 1913 neu gegründet und übernahm nach Artikel 52 § 10 der Norme Organisative Interne Dela FIGC die Nachfolge des FC Parma im Amateurbereich. In der Saison 2015-16 tritt Parma-Kalziko somit in der viertklassigen Serie D der höchsten Spielklasse im Amateurbereich an. Neuer Präsident wurde der frühere Trainer Nevio Scala, der den AC Parma 1990 in die Erstklassigkeit geführt hatte. Unterstützt wird der Klub vom Nahrungsmittelkonzern Barilla und sieben weiteren Investoren. Als Trainer folgte nach drei Jahren unter Roberto Donadoni der frühere Spieler des AC Parma Luigi Apolloni, der bis dahin in der Serie B und der ersten Liga Sloweniens tätig gewesen war. Ehemalige Spieler Trainer Historie Erfolge Nationalkoppa Italia Sieger Finalist 1994-95-2001 Supercoppa Italiana Sieger Finalist 1991-1995-2002 Wiesemeister Serie A 1996-97 Wiesemeister Serie B 2008-09 International Europa Pokal Der Pokalsieger Sieger Finalist 1993-94 UEFA Pokal 1994-95-1998-99 UEFA Supercup 1993-93 Kupa Parmalat Sieger Finalist 1997-97 1995- Abgeordnete 2008-93 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 Vielen Dank.